Hallo und willkommen hier beim Magazin Akustik Gitarre. Schön, dass ihr da seid. In diesem Video kann ich euch unser Vintage-Instrument der Ausgabe 4 2019 zeigen. Eine Guild F48 aus den 70er Jahren, aus den 1970er Jahren, also aus dem letzten Jahrtausend. Hier ist das schöne Teil. Die F48 ist eine 17 Zoll Jumbo, eine richtig große Gitarre mit massiver Sitka-Fichtendecke und Boden und Zargen aus Mahaguni. In unserem Artikel in der Print Ausgabe 4 2019 erfahrt ihr nicht nur interessante Hintergründe über die Guild History, also die History der Firma selbst, sondern auch alles Wichtige zu diesem Instrument. Und in diesem Video hier, was den Artikel begleitet, könnt ihr die Gitarre in Aktion erleben und euch einen Eindruck verschaffen, wie dieses Instrument klingt. Ich habe versucht, verschiedene Spieltechniken und Stilrichtungen mal abzudecken und habe tatsächlich auch versucht, die feinsinnigen Seiten dieser Gitarre so ein bisschen in den Vordergrund zu stellen. Denn, dass so ein großes Instrument, so eine Steel String Jumbo beim Strumming gut klingt, ist zu erwarten. Aber diese Gitarre hat noch einiges mehr zu bieten, gerade wenn man gerne Fingerstyle und Fingerpicking spielt. In diesem Video könnt ihr jetzt etwas Musik gespielt auf dieser Gitarre hören. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.